Jo Leute und damit willkommen zurück zu Portal 2, wie immer mit dem Flash! Ja, mit Centus! Centus? Warum sehe ich dich doppelt? Centus, einmal da und meinen wir da? Hallo, hallo, hallo! Okay, wir machen jetzt die Bonuslevel, was sind das etc. Ja, weiß ich gar nicht ganz genau. Irgendwelche komischen Level, die noch zusätzlich da sind. Und die wir noch abfrühstücken wollten hier. Exit. Was haben wir denn jetzt hier? Bitte wählen Sie einen Kurs aus. Kurs ausgewählt. Hey, 8 Level wieder. Da haben wir noch nichts gemacht gehabt. Ja, warum sind die denn schon aktiviert? Meins, meins. Ach, ist doch scheiße. Okay, da fangen wir bei 1 an, ne? Ja, klar. Das war das, was ich schon mal mit jemandem gemacht hatte. Du, Bob. Und das nicht mit mir. Nein! Aber ich mach dir gerne nochmal mit dir in die Level. Ja, 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 sagen sie alle. Mal gucken, vielleicht machen wir dann, wenn wir das fertig haben, so zwischendurch mal die anderen, ne? Diese selbstgebasteten Maps? Ja, das könnte man. Es gibt ja auch diese Wettrennstrecken. Drei Stück, soweit ich weiß. Lalalalalala. So. Nummer eins. Na, beworden! Was haben wir denn hier? Ja, ja. Ach du Scheiße. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Was? Achso. Guck mal da. Äh. Aber. Äh. Warte mal. Äh. Warte mal. Äh. Äh. Warte mal, was kannst du mit dem Knopf machen? Den Wölfe holen. Ich mach die erstmal kaputt, klar. Genau, dann gehen die mir schon mal nicht auf den Keks. Guck mal. Äh. Achso, wir gehen auf die Plattform. Ich weiß wieder, wie das war. So. Warte mal. Warte mal. Ähm. Ja. Wie waren das jetzt? Ich glaub. Ging das so? Achso, die muss ich hier zerstören. Dass ich die nämlich... Na, das ging so nicht. Ach, warte mal. Du kannst eigentlich... Ne, das würde auch nicht gehen. Ich muss auf jeden Fall wieder rüber. Weil ich hier keine Plattform hab, wo ich hier drauf schießen kann. Guck mal hier. Alter. Sorry. Aber ich krieg die nicht so umgelenkt, ne? Aber du von da drüben. Ja. Ja. Und zwar muss ich, dass es da dann durchfliegt. Dass du dir deinen Würfel gleich schnappst. Ja, der geht da vorne durch. Da siehst du. Ja. Ja, dass du den dann nimmst. Warte, ich war da nochmal G. E. E. G war das. Äh. Äh. E. Ja. Du musst da rüber. Ach, genau. Dann mach ich gleich den Laser und dann kannst du die Scheißviecher von der Seite kaputt machen. Ja. Aber nicht auf mich. Alles klar. Ich glaub nicht wie lange ich mit dem anderen beim ersten Mal hier dran hing. Das hat's heute richtig lange gedauert. So. So, klar. Das erste haben wir durch. Okay. Ach scheiße. Ach du kacke. Lass die Kugel fliegen. Nein. Ähm. Warte mal. Zack. Zack. Und wo hast du dir denn nach hinten das Knöpchen? Hm. Bist du sicher? Du musst erstmal da rüber gehen. Wie soll ich denn da rüber gehen? Ja. Du hast doch eine Wand da drüben noch. Ähm. Wie war das? Ja. Die hab ich erst nicht gesehen. Hm. So. Dann fliegt er zu mir und dann hab ich den hier. Ja. Weil ich brauch die nämlich hier auch. Bist du hoffentlich? Oh, war knapp. Ja, das ist auch knapp. So. Ähm. Glaub war das? Ja, genau. Dann kann ich schon nochmal durchgehen, ne? Kannst du. Sclero. Sclero. So, jetzt muss ich nämlich das 4 rüber schießen. Wohl. Warte mal. Warte mal. Äh. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Das war ganz anders. Ich glaub das war nicht so schlau, oder? Ähm. Tschüss. Ich muss dir die neu nochmal geben, ne? Du müsstest ja da. Da. Die Sache ist, du musst rüber fliegen. Dann musst du rüber gehen. Und schnell die Portale neu sitzen. Ja. Ach du Scheiße. Weil ich muss... Das muss nämlich so und dann so. Ach du Scheiße. Das ist... Schnelligkeits jetzt. Warte mal. Ich muss dann... Warte mal, brauche ich die Kugel? Ne, du brauchst sie wieder, ne? Ähm. Genau, warte mal. Die kommt angeflogen. Das ist dann... Welcher ist es denn? Der? Der, ne? Vor allem, weil wenn er dann nämlich hier durchfliegt gleich... zu dir rüber, dann muss ich es schnell schaffen, durch die Portale zu gehen und schnell da rüber. Ja. Oh, leck mich ja am Arsch. Ach du Scheiße. Wir müssen beide richtig schnell sein. Ja. Aber das ist zu schaffen. Wie kommst du denn da hinten rüber? Auf der Seite. Hier. Da. Oder da. Kannst du da durchschießen? Ne, kann man nicht. Ja, wie willst du denn da rüber? Achso, ja. Ja. Ach du Kacke. Deswegen. Okay, sag, bist du ready? Ja, ich muss mich mal nicht einfach mal hinstellen. Ich muss auf jeden Fall das und das machen, danach, ne? Ja. Und ich muss hier drauf achten, wenn die Kugel durchfliegt, dass ich schnell durchrenne und dann da durchlaufe. Alles klar. Okay. Kugel kommt. Jo. Was war das? Warte. Kugel fliegt. Komm, 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 komm. Meins, meins, meins. Ab. Nice. Jetzt kannst du rüberkommen. Jetzt komm ich rüber. Einmal schön nachgedacht in der frischen alten Denkweise. Ja. Na Alice. Was geht ab? Wie war das mit diesen Bewegungen nochmal? Kuh glaub ich, ja. Hallo. Winke winke. Haha. Ja, das ist Benni der Affe. Oh. Ich könnte aber, glaub ich, ich meins auch runterstellen. Ja, ist laut. Ist laut. Aua. Drrrrtt. Wut? Jetzt hab ich... Vibration. Normalerweise bin ich doch auf deiner Seite. Für die Frechheit hier. Ich hab' den Pilzfrei in mein Zimmer getan. Klar. Soll er mal in die Tüte reingucken. Wie da steht. So ein Affe, ehrlich. Hat er extra gemacht. Hat er auch. Ist ja normal bringen. Dreh dich, dreh dich im Kreise. Level Nummer 2. Was haben wir denn diesmal hier? Okay. Also wir müssen auf jeden Fall fliegen. Ja. Was ist hier? was war das denn jetzt hier war jetzt schon nicht lustig wie waren das mal da oben dadurch ja aber ich glaube doch war richtig das ist zum hochgehen hatte ich versuch und dann muss den festhalten ach du kacke nenne du musst erst das da machen dann mache ich nämlich das richtige warte mal weil das ist dann nämlich dafür dass so das schild auflöst ja waren das jetzt kann jetzt mal loslassen kann ich den irgendwie davor platz ziehen oder so muss dann durch schießen deswegen ja wie war das jetzt ach ja genau ich sehe nur die hälfte von einer kamera muss immer umdrehen ich gucke auf deine kamera wie mehr hast du dann nicht oder wird mich das nicht was an der decke wieder klebt oder so müssen wir denn damit hin wir müssen auf jeden fall machen dass der würfel glaube ich höher steht ach so ja warte mal dann könnte ich eigentlich moment geht was weiß ich nicht probiere ich ja gerade aber naja der hört irgendwann auf muss auf jeden fall höher stehen damit man ja haben wir das gemacht kommst du nicht an ouch hast du beim spring das zu aktivieren dass ich das schnell durch schießen kann aber der ist immer noch nicht hoch genug muss da rechtzeitig durchkommen dann aber das bringt mir doch hier nix ich weiß auch nicht warum die wand so ist ich weiß auch nicht warum die wand so ist ich meine das level gerade nicht hier boah wie war'n das jetzt scheiße fick dich oh fick dich äh boah nee sind wir so dumm ohne witz hast du kapiert ja mit der mauer musst du nur einfach den block blockieren damit wir den da hier da hoch fahren können so und du musst dann die alle ähm ja doch mal da müsste ich einfach so machen direkt rein streit ja du musst dann rein werfen und wir müssen uns auf die plattform stellen nein nehme ich nicht mit hier nimm den würfel würfel geht lauf faules vielleicht zu dämlich ne nein du bist du hast deine kack plattform aber doch das müsste so klappen müsste es ja auch mach ich nicht was anderes kann ich mir nicht vorstellen aber so dass der strahl auch geht ne dass du den auch richtig rein geworfen hast will ich hoffen das war falsch rum hä wie soll ich den denn richtig rum rein werfen guck mal da ist so ne Linse drin ja toll weißt du das bringt mir richtig viel wenn ich das du musst machen dass die warte mal die Linse da lang zeigt wo er in die Richtung wo er fliegt hat schon mal die geht so durch so ja und da musst du rein werfen jetzt ja die müsste dann nachher so raus kommen ne ja ja so musst du den wie du den grad hältst nämlich da rein werfen nein schräg doch nicht doch das ist falsch lauf das wird schon klappen vor allem weil das falsche Richtung ist aber naja oh jetzt das scheiße die Linse muss in Flugrichtung zeigen nein du blödes ding Autsch jetzt hab ich die noch immer reingeworfen Flugrichtung